So, Strom. Wir müssen viel für den Strom bauen, damit ich unten die Abreihe abbauen kann. Das Ding auch. So, Lithium und Lithium. Dann bauen wir das. Äh. Boah ey. So. Was brauche ich denn noch? Habe ich schon wieder vergessen. Dafür den. Das Aluminium. Ich habe doch noch ein Aluminium oder nicht? Wo ist das denn jetzt? Habe ich schon wieder kein Aluminium mehr? Hat er zwei gebraucht? Nee. Ich muss noch. Wo habe ich das Ding gelassen? Ey. Ein Aluminium. Okay. Nein. Das ist ja nicht, oder? Wo ist denn das Aluminium geblieben? Dann ist zunächst, dann müsste ich erstmal... Ähm... Also bauen. Bauen. Hier, die Dinger. Eisen. Ansonsten nicht viel Energie, weil dafür brauche ich schon wieder, Liste. Davon kann ich welche bauen. Wie viel Eisen habe ich denn? Oh, eins. Schön. Okay. So. Wie gegessen haben wir. So. Bauen. Kann ich euch bei Bauen? So. Bauen. So. 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 Eisen kann ich hier lassen. Oh, muss ich schön machen. Ja. Ja. Ich vergesse es immer so schnell. Ja, also kleine Heizung, kleine Heizung weg und Dings weg. Ja. 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 So, was war denn überhaupt mit dem Tragedix? Wie war das denn? Ich brauche auch Aluminium. Damit kriege ich mehr Fächer zum was reinmachen. Den habe ich noch nicht. Warte, brauche ich zweimal Aluminium für. Ja, also zweimal Aluminium. Dreimal Aluminium. Ja, Stoff auch noch hier oben. Den habe ich doch, oder nicht? Da muss ich nachher gucken, da weiß ich jetzt nicht. Das hält so lange auf. Guck mal, mein Wasser ist schon wieder fast alle. Mein Wasser vom Bedarf. Ja. 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 Okay. 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 Huh. Yeah. Okay. 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 Dann noch die Ersten, ne? Nein! Wohnabteilteilteiligen, hallo! So, wir haben ja oben die große Heizung, wir haben ja oben die große Heizung laufen. Ein Aluminium. Ah ja. So, ein Aluminium. Stufe 1 und da haben wir schon Stufe 3. Rucksack haben wir schon Stufe 3. Was gab's noch? Den haben wir also schon hoch. Kann mir doch noch nichts bauen. Das ist schon wieder voll. Wasser. 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 Das kann auch hier bleiben erstmal. Wasser. 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 Heizung. Es ist also Lithium. Bio-Dom Nein, das eine schafft man noch Nein, das eine schafft man Da brauche ich ja nicht leer hochlaufen Ja, das eine schafft man 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 Ja, das eine schafft man